Jede Menge begeisterte Jäcken befanden sich auf dem Bahnhof Vorplatz, als im April 11 der Kranewaldschuss in Olix startete. Alle mal winken! Näher求 sich! Schönen Sie in der Kranewaldschuss? In der Kranewaldschuss ist ein Rad. Ich bin eine Kranewaldschuss. Ich bin eine Kranewaldschuss mehr, die ich rumplänte. Ich bin eine Kranewaldschuss! Aber ich habe mir einen Kranewaldschuss ... Die Kranewaldschuss. Oh, die Kranewaldschuss. ... und dann auch der René. Äh, ja, wenn ich die nicht gut führe. Da sind die. Passwort. Das ist so schnell. Das ist total bei den Jungs. Innen. Ja, habe ich jetzt aus dem Kindergarten. Aber 50.000. Einmal winken, bitte. Das ist so schnell. Das ist so schnell. Das ist die Kapelle. Hello. Hello. Kapelle ist hier unten. Kapelle. Hier ist auch Maler. Aber hier ist schon was älter. Zwei Malers. Ich sag gerade, das ist die erste Maler. Ich sag gerade, das ist die erste Maler. Nee, eigentlich nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sekund! Kein Thema! 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 Rufet bitte! Hab ich extra gemacht! Ja, ich kann mal. Hallo. 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 Na, ich bin immer super gut. Genau, das ist ein sehr guter Aufgang. Hallo. 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 Hallo und herzlich willkommen. Heute befinden wir uns auf dem allerersten Rosenmontag Karnevalszug in Solingen-Olex. Bei mir ist jetzt die Organisatorin des Zuges. Ja, hallo. Mein Name ist Maike. Ich habe das zusammen mit einer Freundin zusammen organisiert, weil wir gedacht haben, für die Kinder gibt es in Olex einfach nichts straßenkarnevalsmäßiges. Und dieses Jahr haben wir es einfach gemacht. Erzähl mir was darüber. Wo seid ihr heute gestartet? Also wir sind oben am Bahnhof gestartet. Wir haben das halt erstmal klein aufgezogen. Haben ein paar Freunden Bescheid gesagt. Die haben dann ihren Freunden Bescheid gesagt. Und eigentlich war es ein Selbstläufer. Ich glaube, auf Facebook habe ich das auch gesehen. Kann das sein? Ja, genau. Also irgendwer hat unseren Flyer auf Facebook geteilt. Die Olexer Jungs sind dann mit aufgesprungen, haben es geteilt. Und anscheinend gab es da auch ein paar tausend Daumen hoch dann für. Wie ist die Stimmung gewesen bei euch? Ja, super. Karneval ist die Stimmung eh gut. Und wenn wir es jetzt hier in Olex machen, nochmal doppelt so gut. So, also Leute. Wenn ihr wollt, nächstes Jahr machen wir das Ganze wieder. Also nächstes Jahr hoffe ich, dass wir mindestens dreimal so viele sind wie dieses Jahr. Aktiviert sind wie das die Stimmung als die Stimmung. Ich habe die Stimmung.